das ist jetzt alle erstes gehen Prozent ja jetzt ist er doch noch da ich hab 30 vieligkeit Stärke ich hab 16 ich hab 16 ich hab 26 obwohl ich 20 gekauft habe ich hab 30 obwohl ich nichts habe ich hab 16 obwohl ich 15 gekauft habe jetzt ist auch davon das richtige am Anfang es ist schon mal was der Niederländler Timo ich bleibe mal hier stealth muss man Timo und Timo gleichzeitig aufeinander gesteuert Kamuflauch ich hab sie Timo Timo vor dem Land hat sie gehen HB Adi muss zu gehen Adi eigentlich die Art um um schon gar von der stadt von was das heißt ich habe etwas sehr leichte starten was hat sie gekauft Prozent die hat einfach nur umführen Prozent ungefähr neun Angriff keine Angst wenn ich jetzt mal bin ich erst mal nicht viel kann ihren blind machen und dann machen ihre normalen Anfragen der Mensch Alter wie du das Schaden frisst erst mal Kaffee und die 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 F-10 auf Level 1 ist episch. Was ist das für ein Luftgeist? Hä? Timo geht so ein besorgen Sack. Kann er gut spielen oder nicht? Ja er hockt halt die ganze Zeit in die Büsche und macht sein Gift. Ja er spielt auch auf. Kann er lange nicht mehr machen, weil er kostet. Ja aber er hat keine Klappe. Er spielt auch AP. Ja aber sein Gift schluss kostet ja keine Marder. Nur sein Blattfall. Der hat noch volles Mana. Ich hab auch knapp volles Mana. Ja aber weniger live dafür. Ja. Ja. enougha das ist gut. er hat auch noch was sie tun jetzt ist es nicht gut die Kirche kämpft ihr oder was ist da los nicht so weit rausgehen aber gar nicht das er war mit 24 es ist ein bisschen er hat was er sie sind fachsend 600 500 unterbrochen ich kann nicht spielen mit dem Scheiß er kriegt ihr hattet nicht so ein lecker oder das ist krank ich schätze mal meine Schwester downloadet wieder die downloadet ununterbrochen ich hasse das die letzte Anime ist hoch aber die downloadet die vorher irgendwo und das downloaden nimmt fast das gesamte Internet weg schön dass du mir hilfst OLEK alter ich lege nur das ist so ein Herz und mann Herz an der Stimmung das ist scheiße Leute hat die noch mal getötet ist doch gut du bist tot du bist selber auch gestorben ja weil ich vom Bein gegänkt wurde und du mir nicht geholfen hast du bist da mitten da rausgegangen das ist dumm die sind sofort auf dich aufgerannt dann kann ich dir nicht helfen wenigstens aber mal einen Angriff hätte es zu machen können ja ich doch auch ich streiten ja aber davon sollte schon mal wenn er hier alleine unten ist nicht bis zur Mitte des Feldes laufen schon wieder leck ja geil schon wieder ein 300er Ping ey was ist das für eine abgefickte Scheiße ey das geht mir so viel schrei 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 ich bin Geil! Warte, du hast eine Abklingzeit? Nee, der hat ja vorhin schon gefrisst. Was soll die Scheiße, ey? Ey, das geht mir so oft die Eier. Malza, greif an! Mach nur ein paar bästige Tags! Danke! Es ist so übertrieben, ey, wie die eins lohnen können. Halb, stimmt. Ja. Schon wieder so ein episch hohen Ping, ey, fickt euch! Was soll die Scheiße? Ping ist nicht so hoch. Äh, schon mal Pilze. Ich bin noch nicht mal Level 6. Ich kann keine Pilze legen. Ach so, mit einem Ward, der nicht mal unsichtbare Sachen sehen kann, kann man auch... Kann man das auch nicht mal sehen. Ich mach nur ein Level-up, ey. Er schützt wieder nichts, pass auf. Ja, gleich nur 6. Ja, gleich nur 6. So. So, Fehl, und Ulki. Ja, genau. Ja, klar, ich mach nicht. Schon wieder leck! Oh, das asch! Ja, genau. Wie übertrieben? Wie übertrieben! rw die kriegen mich jetzt noch tower hallo turm ich sehe und jetzt kommt das und die werden ja alter davon bestätigt sofort die kacke auf einmal das ist nicht das erste gemacht wir gesteben einfach nur das ist so krank um ein gott doch abtief bis wenn sie leben noch fehlt das war richtig hier ist es immer nur noch die 15 Euro der Katz hat auch so ein Schweinlack die wieder nach unten platziert schon mal ein paar Pilze Einer davon kommt jetzt hier oben hin Bock mehr auf der Höchst die Verarbeitung die Besuch die Eier damit das ist hier das ist der Weg darf Borgallon alle ohne alles machen ja genau der Torwart mich auch noch an davon wenn wir Glück haben wird das wieder so ein sie jetzt wenn die ersten in seinem Spiel der Stolzern da ich bin so blöd ja schon wieder ein Tauershot genau der läuft da mit Absicht rein ja ja Alter, der spürt auf... Ey, sein ständiges Verstummen macht mir so viel Schaden, ey. Gut gemacht. Kann gleich mal jemand hier runterkommen, sind das scheiß Verstummen, von dem geht mir tierisch auf die Eier. Ja, er trifft mich, genau. Ey, man, man kann auch zurückgucken, man kann auch sehen, dass mich die Scheiße nicht getroffen hat. Trotzdem werde ich getroffen, ey. Das ist so ein Joke. Das ist so ein Joke. Eineinhalb Minuten bis Täler. Was, willst du weggehen? Ich... Ja, schon wieder getroffen. Leck mich, ey, ich bin tot. Geh, geh, jetzt kommt Kartus-Ulti. Du stirbst. Ja, Junge, ich wär so oder so gestorben, ey. Alter, ey. Ey, was können wir dafür, wenn die die ganze Zeit abgekackt werden, der... Der Joe Gass ist viel zur OP, man kann's denn sehen. Ich war nicht in der scheiß Leichweite von seinem Geschrei und ich krieg trotzdem Leben runter. Ey, das ist so ein schlechter Scherz. So ein beschissen schlechter Scherz. Na? Oh, muss grad scheiße. Oh, ich hasse das, wenn dann nie die Items angezeigt werden, die man will. Ja, das ist so. Ja, wozu denn, wenn ich mit meinem 1K-Leben sterbe? Ich bin grad mal Level 8. Ja, ich bin auch Level 8. Der Joe Gass macht übelsten Schaden, das ist voller und übertrieben. Besonders seine Reichweite ist mehr als nur unrealistisch. Ich glaube, Hummer Ben schießt gleich. Wie übertrieben, wie übertrieben. Hab mich mal eben so gerettet. Wie gesagt, jetzt soll ich. So, ich hab das zu spät, wenn ich nicht mehr wechseln. Ja, das ist so. Ich hab mir Abbringzeit schon, okay? Ja, hol ich mir generell auch. Wasse? Hol ich mir generell auch. Kannst du machen. Wasse? Ja, ha! Schon zum dritten Mal kannst du machen. Okay. Katos hat 9 Kills, ey. Und wir sind Fieder, ne? Katos war kein einziges Mal unten. Ich will die Gegend ausspielen. Timo kämpft nur noch irgendwo, ey. Ich muss mir jetzt auch nochmal einen Orakel holen. Die gehen gut wahrscheinlich zu dir, ne? Jo, sie gehen zu dir. Katos kommt auch noch, hau lieber ab. Aha, ein Wort. Schön zu wissen. Und einen Pilz. Ja, ey, genau. Twisselfeld macht sein Ultimo und sieht den Pilz nicht. Verarsch mich doch. Verarsch mich. Nicht nach unten hin, da ist der Pilz. Hab dir das an, ich bin schon wieder tot. Gleich. Ich bin tot. Ja, genau. Natürlich nur so 20 Schaden mehr, damit es geklappt hat, ey. Alter. Ich werde die Gegend ausspielen. Oh, ich bin doch so vorgekommen. Das ist ein Ultimo schon benutzt. An mir. Twisselfeld stil. Ja, ach, nee. Ich spiel es ein einziger Beschiss, ey. Malz amal die ganze Zeit hier, mach doch mal was, mach doch mal was, aber selber macht er nichts. Oh, fail, 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 fail. Kann ich mal mit seiner Ultimo umgehen, schlecht. Ich werde die Gegend ausspielen. Ich werde die Gegend ausspielen. Wundrausch. Schnell. Oh, sagt, er hat das hier gebraucht. Ich werde das hier gebraucht. erneu ist und mit ihm ich bin der der spieler betrachtet nie die noch mal auf meine pilze auf meine gott verfickten schulungsjahr doch warum liegen kommt und lauf rein Köln die Lippen Heldkuhl der Leben wo ist es das Schleifungsstück das ist jetzt nur mit vierzichten und so viel zu laufen so was es nicht mit das Wort Hauptpilze überall das kriegt kein Schaden sie haben noch hingspielt die Hälfte von zwei Bordgekorn abbekommen schon sein Leben wo ich mich nicht getroffen Ich werde die Gegend ausstehen. Aber wohl, das war doch nicht so ein Schaden. Ich werde die Gegend ausstehen. Wuhu! 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 W piles gemacht. Wohu! gerettet ja weil die Gegner mehr weil er schon kommen nicht zu denken auf den im selben auch ein nur ein das war es ja jetzt kommt Kartus gegen den kannst du nix mehr der ist so hochgefiedert ja aber der macht dann doch keinen Schaden holt sich nicht mein Maid Jais ich hol mich ja ich hab' mit Tja er hat's nicht getan hätte rennen sollen ich hab' ich hab' genau so viel Angriff der Fähigkeit Stärke doch das ist ja 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 was du darfst den Müll ich hab' so viel ich hab' so viel ja du bist schon doof sieben äh häckloid denn die Fähigkeit steckt wird richtig angezeigt wie geil aaaah 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 aber lieber Becken kommen wahrscheinlich gleich Schuhu erst mal Drachen legen wir sind dafür zu schwach hast du den Ding ja jetzt ist die auch schon nebenbei gesagt dass wir da sind wirst du jetzt kommen sie ja genau schon wieder in Pilzrenge laufen links 2 3 4 dann brauche ich denn noch für dieses Scheiß-Alte ey zu lang boah ich war schon definitiv mal besser mit Timo ey viel viel besser ähm bäm Denn die Pilze gehen langsam richtig auf die Nerven. Alter! Ey, so klar, dass ich mir nicht... Ich werde die Gegend ausspielen. Oh, du bist das? Ja, du bist das? Oh, du bist das? Oh, du bist das? Was? Warte, warte, warte! Warte, 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 auf die Klappe, du bist voll gestorben. Soll ich mir Schleider Todesdür holen? Ähm... Ne, ich würd sagen, du brauchst den unbedingt nicht. Du hast auch keine Mana. Bei, karte ist das gebrauchen wegen der Ulti. Die Ulti wär's schon ab. Ne, ich hol einfach Hölzapter, bring mal K-Resistenz und Fähigkeitstärke. und schreibt uns ist auch gut man trifft hat sie wird von Karten abgeholt die jungen hat doch die Schnauze wir tun doch unser Bestes aus dem Fünftigen noch was soll ich noch mal er redet der Chef geschrieben hat Malzah er sagt Joky Jagen dieses Haus gewinnt aber gerade wenn er es wenn es ihm nicht gerade auffällt heute hat mehr Leben als ich die immer von euch hat gerade eine Nachricht den Skype bekommen der macht halt noch mit Absicht wenn die Statistiken laden versteht sich er hat bestellt ist wie süß das bei dem aussieht weil man mehr kann ich haben und Alter es sind zwei so locker Fisch und Timo. Mohaha Yay, hab ich mal nicht getroffen. Hm. Was soll ich mir erkennen? Nix. Soll ich mir Babux holen? Ja. Ja. Ich will schon machen. Okay. Und dann sich eigentlich mit Katja und Rabadons. Rabadons, ja. Ich will nicht machen, dass ich da bleiben. Dann mach ich. Aber dann. Wieso holt sich TF eigentlich nicht, äh... Egal was du meinst, ja. Wie der der Pils überliegt? Ja, ich weiß. Eine schützende Wand halt. Sind ich denn die besten Platzierungen, aber, ne? Ah, davon hat auch nur Rakel. Ich muss auch Rüst gekochen, ja. Wieso die meisten von denen machen über AP-Damage? Da braucht man keine Rüstung für einen Champion. Ja. Boah, diese Mini sind so dumm, ne? Ja, wie siehst du das aus bei Team Warschleiner Todesfeld? Nein. Nee. So eine kleine Blasung, ne? Echt geil. Oh. Komm. Yay. Schon geil, wenn man, äh... Da war ein Richtiges. Oh, ja, irgendwie. Du, wierst, ich hab ganz lange hin. Was ist denn der? Och, das war schon ganz weiß hin, ein bisschen. Ja, ich bin wirklich. Was mache ich jetzt? Jetzt haben wir einfach gar nicht hier. Genau. Sie sind immer wieder die Schwellen, das ist doch gar nicht. Bäm, das ist doch gar nicht. Maltzer kann auch tanken. Ich weiß nicht, sein Beutling. Schade, ich hab schon gedacht, ich krieg den Kills. Nee, 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 das ist meiner. Und... Bäm, er ist down. Jetzt bloß back. Ich werde die Gegend ausspielen. Nicht bei Drachen. Ich komm noch gar nicht hin, warte ich gehen um, noch creepsling. Bäm, durch den Pilz. Boah, ich werde von Kartus verfolgt, wie süß. Juuu... Und für noch filmkristall. Chiuuuu... ja weil auch erst die Unke älter ich habe ein solcher halbwegs vielen Pülze da ist er doch der mich verfolgt aus dem nächstes die nächste sehr leicht ja nicht immer gelassen das nicht tun Nürnberg ja ich bin Mord, ich bin cool was geht denn nicht der gegnerische Eidegitter AP und der Tech League TF Ultimate nein er hat sein nicht mehr wie episch episch verpeilt ich komme mit Team blubb 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 blu 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 bl blu 4 aber ich habe einen da halt nicht dran sterben ich meine der mit schafften um davon wie spät kommst du an eigentlich hat das auch mal wieder lecker oder ja da hat es so angefangen ob die ulti von es mich zehn sekunden gestand hätte ich hole mir jetzt was für die rüstung jetzt ich bin noch unsichtbar ich bin das ich habe die 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 durch mir sehr genau vermitteln auf uns und es an einem Pilz vorbeigelaufen was für eine Scheiße ich mache schon er kann sein dass die Gegner zufällig das TF und um ich bin zufällig in die März sind so wie die sich beide gleichzeitig aufregen dann ist es einfach an der bestimmten Zeit ich hole mir mein Tier in der Stadt okay nein wir treffen uns um wie soll hab ich keine Hilfe bekommen äh ich hab auf einmal Blubuff gehabt ist meine Gegner jemand gestorben durch meinen Pilz was ist durch die GIs für eine Gegend jemanden mit gestorben oder so ich glaube nicht ich hab auch mal Blubuff gehabt das wir treffen uns um 45 zufällig wir treffen uns vor den Kassen na schon ähm weißt du warum du den in Blubuff hast? weil ah ha 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 mein Pilz Ja, ich hab den gemacht mit meinem Fahrer und dann ist er dann Hashtag ein Pilz gelaufen und dann... Und dann war er plötzlich so groß. Cool. Ah ja. Danke. Ja, klar. Ah, das war dann ausgelöst. Guck mal, zwei Wein von Pilzen. Echt das? Oh ja, das ist das. Oh, oh! kaputt das ist jetzt gecheckt ich hoffe ich habe es keine Ahnung wie aber wir haben es hin gekriegt ja mit 700 totgefressen ignoriert auch es ist so wichtig ich konnte ich so machen man hat es gesehen ich bin auch nur totgefressen worden also blablabla ich ruhe ich ruhe Schutzengel Schall dass da jetzt nicht ein Piss von mir steht was wer will auf Karten weil ich den Mann an Kuhlert er wird er waren der Mann aber ich hätte mein Lieblings- und lebenswäge in der Mann abhängen und Fähigkeitsstärke Nein doch zum Beispiel die Fähigkeitsstärke ja also okay der Wüthel und die Wünsche mal nach der Gingung Kuhlern bringen sie ja und er bringt sich jetzt der Blick eine Fähigkeit stecke ließ den Effekt durch ich weiß es doch der bringt keine Fähigkeit Stärke Jack ist doch da kommt die er ein paar Stärken die Blüten aus dem er bringt keine Fähigkeit Stärke ließ durch meine Fresse hp Timo vor Willen wer von denen hat den jetzt ey glaub mir er bringt keine Fähigkeitsstärke kapische davon bringt er auch nicht siehste der bringt Mana Racking der bringt äh doch tut er nein tut er nicht das ist genau die gleiche Fähigkeitsstärke wie davor nein hab ich nicht doch doch er hat noch 290 das ist eine Sache gekauft nein hab ich nicht ich geh jetzt zu meiner Bauf die Dornel wird wenn ich mir nicht beschwingt haben muss uns 800 Euro geben so ich hole mir jetzt den Mana Bauf diese Einheit regeneriert 1,5% Mana oder Energie pro Sekunde und hat eine so und so viel verkürzte Abklingzeit für ihre Fähigkeit wenn diese Einheit getötet wird wird dessen Verbesserung auf den Champion äh geht diese Fähigkeit auf den Champion über den getötet hat nix hier Fähigkeitsstärke Junge äh mein Freund hat es mir so gesagt ja dann folgst du das stimmt nicht mein Gott ne ich hab immer noch die gleiche Fähigkeitsstärke lest dir den Text bei der Fähigkeit durch ich hab immer noch genauso viel Fähigkeitsstärke koft mal k das hat nur das ist eine gute Prozent der schon tot ach ach warum da ha 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 Apropos muss noch mal nur Wurken nachkaufen wenn ich sobald Trauer und Zungen aber sie wollen die Kendi kommen die Kendi die sie kommen jetzt bei denen wenn ich ab die Tänz aber was ist noch ein Pilz zweiter so dasselbe ich glaube warum egal aber es da keiner mehr laut ich glaube schon verpeilt nein ich bin tot weil ich in den pilz reingelaufen bin scheiße oh ne jetzt füttet den doch nicht nein ich werde nicht aufgeben die haben aufgegeben ja genau noobs was auch immer bei baron warnung episches monster jo